Nachdem der Kryptomarkt seit dem Dip vor ein paar Tagen wieder etwas durchatmen konnte, nähert sich BTC nun aber wieder einer wichtigen Widerstandszone und einem kritischen Punkt, ob wir nun wieder tiefer fallen oder eine nachhaltige Erholung starten kann. Heute schauen wir uns an, auf was man hier jetzt alles achten kann. Zum Beispiel zeigen uns die Daten, dass Wale bei den aktuellen Preisen stark am Akkumulieren sind. Neben dem Preis und den On-Chain-Daten schauen wir uns aber natürlich wie immer auch noch die aktuellsten und wichtigsten News an. Hier haben wir heute zum Beispiel Sachen zu Bitcoin, Cardano, Indien und China. Falls du wissen willst, welche Kryptowährungen ich in meinem persönlichen Portfolio halte und du auch Live-Updates erhalten willst, wenn ich mal Coins nachkaufe oder auch verkaufe, dann könnte meine Kanal-Mitgliedschaft für nur 99 Cent im Monat was für dich sein. Ihr kennt das Spiel, auf diesem Kanal findest du außerdem keine finanzielle Beratung. Wir fangen wie immer mit den wichtigsten News an und hier direkt auch mit der wahrscheinlich spannendsten und größten Neuigkeit des Tages. Indien hat Kryptowährungen und digitale Assets jetzt legalisiert. In der Vergangenheit hat sich die indische Zentralbank schon öfters für ein Kryptoverbot ausgesprochen. Aber nun, um genau zu sein gestern, legalisierte die indische Regierung Kryptowährungen, beziehungsweise den in Anführungsstrichen Gebrauch von virtuellen und digitalen Assets. Im Rahmen der Haushaltssitzung wurde aber beschlossen, dass Gewinne aus Kryptowährungen, NFTs und an sich eben diesen virtuellen digitalen Assets mit 30 Prozent versteuert werden. Das ist verhältnismäßig hoch, aber hier in Deutschland sind wir ja davon auch nicht wirklich weit entfernt. Die zweite wichtige Ankündigung in dieser Haushaltssitzung war, dass die indische Zentralbank im Geschäftsjahr 2022-2023 die digitale Rupie als Zentralbankwährung, also CBDC, herausgeben wird. Was ich von CBDC halte, wisst ihr ja. Das Ganze hat für mich nichts mehr mit Kryptowährungen zu tun und gibt den Regierungen einfach nur noch mehr Macht und Kontrolle. Trotzdem öffnet sich Indien mit diesem Schritt jetzt Kryptowährungen, obwohl sie ja zuvor strikt dagegen waren. Auch in China sehen wir, dass obwohl Kryptowährungen immer noch verboten sind, die Blockchain-Technologie dort aber eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Am 30. Januar kündigte Chinas zentrale Cyberspace-Verwaltung einen sehr ehrgeizigen Plan zur Beschleunigung der Blockchain-Nutzung in China an. In 15 Zonen, 164 Städten und Schlüsselsektoren wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen, der Energieversorgung und vielen weiteren soll die Blockchain-Technologie jetzt eingesetzt und erweitert werden. Dann, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Titel lesen können, die ADAX-DEX ist nun auf dem Cardano Mainnet live gegangen. Damit startet hinter z.B. MüsliSwap oder SundySwap die nächste dezentrale Börse auf Cardano. Was ADAX aber so besonders macht und wieso vor allem diese DEX mit Spannung erwartet wurde, also erstmal funktioniert ADAX im Kern wie jede andere dezentrale Börse auch. Es gibt ein Orderbook ohne beteiligten Vermittler und Nutzer können festgelegte Handelsfahrer direkt miteinander tauschen. Was ADAX jetzt laut ADAX selbst von den Konkurrenten abheben soll, ist eine vollständige und bedingungslose Dezentralität. Erfahrene und talentierte Entwickler, ein benutzerfreundliches User-Experience und starke Partnerschaften. Z.B. integrierte ADAX zusammen mit Coti jetzt den auf Cardano basierenden Stablecoin DeJet in das ADAX-Ökosystem. Coti arbeitete bei der Entwicklung von DeJet zusammen mit IO Global, früher IOHK, das führende Entwicklungsunternehmen hinter Cardano. Coti und ADAX äußerten sich nun ausführlich zu der Partnerschaft und erklärten, dass der Einsatz des Stablecoins für verschiedene Funktionen vorgesehen ist. Für Coti ist die Zusammenarbeit in Anführungsstrichen ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass DeJet nach seiner Einführung angemessen genutzt wird. Das Protokoll hinter DeJet lässt sich am ehesten mit einer autonomen Bank vergleichen und gilt als das erste Protokoll, dessen Stabilität mathematisch beweisbar ist. Durch DeJet wird einerseits die Liquidität erhöht, neue Handelspaare gebildet und zudem können dadurch in Zukunft auch weitere Funktionen angeboten werden. Ich finde, dass ADAX auf jeden Fall zumindest das Potenzial hat, Cardanos führende Decks zu werden, was dem Token selbst eine vielversprechende Zukunft gibt. Bevor wir jetzt noch auf die Onchain-Daten schauen, falls dir meine Arbeit hier gefällt und du mich eventuell kostenfrei unterstützen möchtest, lass mir doch gerne ein Abo da, falls du das nicht eh schon getan hast und ein Like auf diesem Video unterstützt mich natürlich auch sehr. Ihr wisst, was zu tun ist. So, wie bereits im Intro erwähnt, sind Bitcoin-Wale bei den aktuellen Preisen wieder stark am Akkumulieren. Dieses Verhalten hat die Onchain-Seite Whalemap analysiert und beobachten können. Den Cluster-Daten zufolge besitzen die Wale jetzt 330.000 BTC, die zu Kursen zwischen 36.000 US-Dollar und 38.000 US-Dollar gekauft wurden. Der bekannte Onchain-Analyst Will Clement hat neulich auch einen Tweet veröffentlicht, in dem er einen Chart der Whale-Balances zeigte und hierzu schrieb er, einige ziemlich starke Wahlkäufe in der letzten Woche. Auch wieder genau bei diesen Preispunkten um 36.000 Dollar. Das ist an sich ein sehr gutes Zeichen, aber was man hier nicht vergessen darf, ist, dass wir uns immer noch in einem Abwärtstrend befinden und BTC müsste nachhaltig über 40.000 Dollar steigen, damit dieser Abwärtstrend invalidiert ist. Whalemap hat hier das Level von 40.832 Dollar identifiziert und schrieb, ein sicherer Durchbruch über dieses Level kann ein Hinweis auf eine Trendumkehr sein. In den nächsten Stunden und Tagen sollte man also ein genaueres Auge auf die 40.000 Dollar werfen, da das ebenso ein kritischer Punkt für Bitcoin ist. Im Abspann findest du gleich noch zwei weitere Videos von mir, wo der YouTube-Algorithmus denkt, dass sie dir gefallen könnten. Mal sehen, ob er recht hat.